Ich reife hier noch am Anfang rum. Nein, nein, ich bin so los. Nein, lass mich in Ruhe. Böser Schneeball, ich hatte nichts getan. Komm jetzt lass mich auch mal mit dem Ball spielen. Oh Mann, ich wollte auch mal mit dem Ball spielen. So warte jetzt hier. Lass mich jetzt. Lass mich. Ha! Das war meiner. Den haben wir es aber gezeigt. Die Fetts, ich weg. Mist ey, da liege ich schon wieder. So gut spiele ich nie wieder. Das war nicht gut überlegt von mir. Das dürfte ich nicht so riskieren. Irgendwann will ich mir das jetzt gerade echt antun mit diesem Reihen Battle. Nice. Zunkwa Gipfel incoming. What the fuck? Hä? Was war das denn gerade? Habe ich gerade gar nicht gecheckt, aber okay. Alles klar. Müssen wir jetzt ernsthaft gegen einen starren Felsen kämpfen? Das ist... Das ist der heftigste Boss-Fight ever. So, du bist auch ein Cutie, du. Okay. AOE-Damage, ganz viel. Aua. Achso, okay. Ja. Also, ja. Da habe ich ein bisschen spät reagiert. Oh, look at this. Guardian Max Solo. Last Boss. New Fractal. Und da fliegt er wieder weg. What the fuck? Alter, was macht Ephraim und Logan an dem? Alles klar. Die chillen da erstmal oben ihr Leben. Die sind auf einen ganz anderen Trip, die beiden. Scheiß, nein. Okay, warte. Ah, haha. Der Messmas ist runtergefallen, oder? Bei der Messmas ist er auch schon ein bisschen lost, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Wir sind ja alles nur Menschen. So wie ich. Den hätte ich gerne mal oben. Der sieht halt übel sick aus. Und... sieht halt übel sick aus. Ob der Kopf her, oder? Mann, von wo denn? Von allen Seiten. Haha. Ich raste hier gleich aus. Aber was wollt ihr eigentlich alle hier? Komm her, Junge. Komm her, Junge. Boah, der war nice, Junge. So, warte mal. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Okay, hier kann man so die, die... den Radius ändern. Und er ist dann, äh... Alles klar. Hab ich jetzt, äh, total kapiert. Also damit kann man irgendwie sich die Map abticken. Oh, nervt nicht. Komm, Sack. Nein! Oh, ich hab den gut gehittet, bestimmt. Scheiße, Mann, Alter. Was ist denn, was für ein Team, ey? Ich glaub, ich, ich müde gleich diesen Cactus-Deck, Alter. Klar. Pistole gegen AK, also... Es ist halt eindeutig werder Gewinn. Oh, okay, jetzt hab ich die Ulti. Ich hab aber keine Ahnung, was die bringen. Warte mal. Äh... Äh... What? What? Was war denn das? Fuck it. Lol, Alter, was... Wie fies ist das denn? Ah! Scheiße. Lass mal schön zwei Titten platzieren. Aha. Aha. Schön die Camper weggefegt. Drecks Camper. Guck dir mich so an, Alter. Will ich stressen, oder was? Willst du messerkampf hier, oder was? Willst du irgendwen abstechen? Was? Wie... Wie konnte ich den nicht treffen? Aber ich bin trotzdem Ace. So, jetzt werde ich euch alle wegballern, Junge. Bam, Alter. What, Junge? So, next, please. Next, please. What? Man, wo, Junge? Man, mach doch mal deine... Drecks Giftfolge da weg, ey. Kann ich nichts sehen. Schau dir... Alter, das... Das ist doch nicht dein fucking Ernst, Alter. Der wartet da immer wie so ein kleiner, kleiner Lauch, Alter, der nichts kann. Junge, schaut euch diese Lappen da an, Alter. Wie kann man eigentlich so... So ekelhaft spielen, ey. Boah, ich liebe die Waffe. Bam, Alter. Neue Lieblingswaffe. Ja, Mann. Kein Wort verstanden. Boah, halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Hol dir neues Mikro, bitte. Scheiße ist halt, dass ich halt auch meine Mainstorm mitblende. Oh, Primo, ja. MVP.